Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Iron! Es ist mir, der Black und der Dü! Ok, fjf! Out! Jagra… Zack und Peng! Och wie, wenn ihr kennst… … Dumm King und… … Oh, voll spannend… Khabarber… Lasst nicht gleich mal sterben, Ba- abide? Nö! Eienda… warum soll immer nur ich sterben warum nicht so ich mache mal pause denn schafft ja oder ich soll nur lassen ok da hat sich noch sieht ganz schlecht aus ja die hat am limit halten die ist halt ein draufgegen er geht recht oft drauf nein 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 da sie ist ich habe dich gerettet mal wieder so jetzt hier kommen auf jeden fall tp hier wird auch noch ein netzbom dann da weiß ich auch nicht jetzt noch nicht was wir damit machen ob wir dann ignorieren das ist das weiß ich nicht nur schlafen zu legen okay so lala da die da piezt da die da piezt ja aber merkt auf jeden fall dass das dann auch auf jeden fall schon wieder viele an zeit in anspruch nimmt wenn man dann halt monster geschlagen hat seinen TP und seinen Mana wieder aufzufüllen. Ja gut, das war schön, dass man das so kann, aber dauert halt auf jeden Fall auch so. Genau, das geht in Fiesta etwas schneller mit den Lebens- und Mana-Steinen. Da brauchen wir ja glaube ich auch nicht aufs Mana zu achten. Ja. Ja doch, muss man schon. Wenn man keins hat, kann man nichts machen. Aber er hat doch eigentlich überproportional viel, ne? Also ich sag mal so, es reicht, um die Mana-Steine alle zu machen, musst du normalerweise erstmal die Lebens-Steine alle kriegen, vorher. Das heißt, die Lebens-Steine werden in der Regel schneller alle. Bei manchen, ja der Krieger beispielsweise, kann das durchaus sein, dass es mal andersrum ist. Aber muss eben nicht. Krieger ist ein Mana-Fresser, auch wenn es sich nicht so anhört. Aber als Jäger kommt man gut zurecht. So, gut. Genug, genug. Gut. Ich hab's gemacht, jetzt geht's weiter mit Ion. Genau, weiter jetzt. So, nochmal kurz ein Buff rein. Okay. Du wirst nicht, ich fasse davon aus, dass du dann gleich tanken wirst. Warum? Da kommt das Wunder schon. Ignorieren oder nicht? Einschläfern. Okay. Ja, er hat mich eingestiftet. Okay, gut. Ja, gut, ich bin platt. Oh, nix kann er. Ich geh dann mal. Tschüssi. Scheiße. Lalalalalala. Oh, jetzt hat's mich auch erwischt. So. Gut. Ach, meine Güte. Wenn man mal auf... Ich weiß nicht, was wir mit dem Ed machen. Das ist das Problem. Wie viele Prozent fehlt dir doch, dennoch bis zum Abend. Warte, muss ich mal gucken. Ne, du hast schon gehört. Ich habe eine Seelenheilung erhalten. Gut, dann kann ich inzwischen mal verkaufen. wir ja unten ja wenigstens ich was ja gelassen überall so gehen wir hier hin hallo dicker verkauft man ja 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 du hast mir du kannst das abkaufen mit verkaufen überhaupt alten schrott wo die kann ich dann anlegen und plattenhandschuhe brauchen wir nicht ich bin schon wieder drin braucht man nicht in der ruhe die arbeit ist noch fix ganze alte rüstungsgesocks weg was ist denn das für jäger könnte ich sagen ich kann auch weg so zack die hier war die alte ne lassen wir mal kurz gucke ich dann noch mal damit wir los können verkaufen okay schnellen bach holen und dann kommt er hustet mir schon wieder in die aufnahme ach nee okay ihr seid gesegnet und los geht's wo standen die auf welcher seite da drüben ja bitteschön okay ausbildungslager betreten bin schon unterwegs bist du schon wieder tot nichts kann man machen lassen so ach so halt dabei sicher hier oben oben muss man immer weiß dass man scheiß ich muss ja den weg nicht so oft laufen wie da die zum beispiel und jetzt hier runter ne ok so ich hab gerade mal gezeigt wie man mobs anlockt und sie dann wieder entlockt oder resetten lässt wie denn anlocken und resetten lassen und weg so feige weg ja also wie immer halt bei dir ja ok lalala das ist jetzt bin ich in der festung gleich ich denke mal dass du dann gleich mal den b ost versuch es anzutanken bzw zu tanken und ich versuchen mal von hinten zu heilen wieder von hinten auch junge du willst wohl nicht von hinten hätte ich nicht mehr wir sollen ja niemanden ach so okay so gut dann tun mich erstmal heile leile guck mal ob ich noch was zu fressen habe können wir noch mal anlegen schnief schnief genau so rein mal ja gut reicht so okay dann lege ich mal los in zwei oder machen wir so hier fangen wir mit der hier an mit der dicken bb 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 buch betäubt hat mich auch gestand betäubt betäubst wieder gestand also ich habe schon ein aber dann kann ich gerade nicht hoch einsetzen so ich gehe am besten stückchen vor bist du noch fall ich ja schon noch nicht so ich habe es gerade hier einschläfern gefehlt es geht nicht nach der hier schon durch schade ich versuche versucht ihn zu halten nein versuche nicht gefällt es kann ja das ist eine folge mit dauertod kann man eventuell den dd ja den teleporter ziehen wie das ja wohin soll ich den stückchen den weg runter und den anderen einfach mehr oder weniger in ruhe lassen erstmal dass der asthma abhaut zu sehen teleporter ja das weiß ich nicht glaube ich eigentlich nicht so dran weiß ich nicht ich bin ja neu hier du bist da das ist aber ein sehr schönes komment es lag dir aber auf der zunge sozusagen naja ich sag mal so du bist etwas erfahren an diesem spiel aber erfahrung ist nicht immer alles sieht man ja was sagt denn die zeit der folge sagt noch 11 minuten also in 11 minuten sind wir schon wieder 22 minuten hier spricht die minute quatsch steht die folge geht elf minuten lang jetzt okay gut wir werden jetzt am anfang noch ein bisschen hauen und wenn uns einmal ein stück hilfe zu kommen lassen okay und um das mal noch alles klar aber wenn ich so sehe bist du ja einmal weniger gestorben einmal mehr gestorben als ich stimmt jetzt hier ich glaube ja müsste es auch was wert für dich vielleicht ja dass man lieber die tragen machen wir diesen nicht elite klappst du nicht so lang hat extra die quest ja vorhin abgegeben gehabt um vielleicht noch auf 28 zu kommen müsste man eigentlich auch schaffen in der instanze aber naja das sind schon noch ein paar prozent na gut weil jedes level ist ja noch ein stück entscheidend glaubt was schon wieder low tp ja wobei die geben dann nicht viel nähe nicht wirklich irgendwie gar nichts und das ist das falsche ziel ja wieso ist hier blind und jemand anderes ja so dann haben wir hier den noxana rekrut schauen na gut ob der ein bisschen mehr gibt na gut der rekrut ne da gibt auch nicht mehr sind ja ganz schön geizig ja so fies ich habe schon wieder angegriffen ach meine güte nix kann man machen lassen wie immer eigentlich knapp spielen am limit in noxana spielen am limit in noxana oh ich glaube mhm tolle konzentration hier ja ihr habt ein gültiges ziel ausgewählt ok auf jeden fall wird die instanz guter bis punkte gegeben ja ja gut ja weiß ich nicht verhältnismäßig für das für verhältnismäßig für das level ist es ganz gut ok so gut und die folge also wird also zumindest ja leute für das nächste mal holen wir uns möglicherweise etwas verstärkung jetzt machen wir erstmal eine kurze pause bis denna bis denna und tschö Tschüüü